Ich bin zum hundertfuchzigsten, alles, alles Beste und ich sage jetzt mal, was das ausmacht für mich ein Löwenfan zu sein, ist einfach, 60 ist wie das Leben, es gibt Höhen und Tiefen und wenn man Münchner ist, muss man generell ein Blauer sein und genau so war es bei mir. Was soll ich noch mehr sagen, es ist einfach eine große Liebe von mir und ich wünsche Ihnen alles Gute.